Und damit herzlich willkommen zurück zu The Darkpixels Anthology Little Hope zusammen mit dem lieben Angus. Ja, hi, ich bin immer noch am Telefon. Ja, super, wenn er dir immer so lange telefonieren, schrecklich. Ja, vielen Dank, dass du da draußen wieder zuschaust. Dann kann er dir das letzte Video mit einer positiven Bewertung bewertet haben. Und ja, ich bin noch unser Sport-Aus Daniel. Ich muss jetzt wohl die anderen finden. Geh mir doch einfach mal da lang. Also ich bin momentan in so einer Zwischenzähne jetzt gerade. Ich bin gerade durch den Nebel gelaufen. Das hat mir gezeigt, ah, du bist falsch rumgelaufen. Okay. Oh, da sieht aus wie Jackie Chan hier. Oh, da bist du. Oder? Nee. Was ist denn da ein bisschen lang? Oh, hier ist erstmal noch was. Hmm. Vielen Dank. Große Baubraune Eier. 47 Centers Dutzend. Guter Kurs. Ich nehme noch einmal nicht, wo ich wirklich lang muss. Ich nehme noch einmal nicht. Ich bin gerade wirklich etwas verwirrt. Ich weiß nicht, wo du bist, Kalle. Ich bin immer noch in der Szene drin. Super. Ich bin auf der Straße und muss ich durch den Laden. Ich versuche mal durch den Laden. Hier komme ich nicht rein. Vielleicht musst du auf mich warten, bis ich meine Zähne fertig habe. Ja, das kann natürlich gut sein. Jetzt zieht die Zähne vorbei. Ich glaube, jetzt komme ich weiter. Jetzt kommst du weiter? Glaube ich. Boah, ist dieser Nebelkacke. Also, ich will auf jeden Fall, dass Angela stirbt. Ich mag sie nicht. Das ist eine richtige Karen, weiß du. Vielleicht hat das kriegen wir hin. Gehe ich noch mal da lang. Vielleicht ist das eine gute Episode, Kalle, wo wir alle retten, anstatt nur niemand. Was musst du denn gerade machen? Ich bin gerade im Gespräch mit John und Karen. Aha. Vielleicht komme ich deswegen nicht weiter. Oh, ich habe irgendwas richtig gespuckt. Oh ja, wo wir gehts weiter. Okay, jetzt kann ich herumlaufen. Hm. Wir sind in einer Aufnahme. Ja. Schau, ich bin. Das war Alice. Schreibt jetzt alle mal hallo Alice in die Kommentare. Hey, Taylor, wir sind in hier. Wir können nicht die Verdammt drücken. Wir können nicht. Sie müssen sich locken. Wir versuchen alle die Handel zu verbreiten. In drei, zwei, eins. Oh, das war es geschafft, oder? Du weißt, was mit deinem Double ist, nicht wahr? Sie wurde von Wälder gegründet. Nicht nur gegründet, sondern versucht, verletzt und verletzt. Wir müssen wissen, was diese Frau ist vor. Was wird mit ihr zu Ende passieren? Ich mag die Idee, aber wie wir das überhaupt beginnen können? Wir haben bereits diese Schritte gesucht. Vielleicht ist die Antwort auf den einen Schritte, die wir noch nicht beendet haben. Ja, ich liebe diese You are here, Digger. Ich habe keine Antwort auf das. Ich habe keine Antwort auf das, was wir tun können. Ich muss nicht die Angst zu verhindern, mich zu tun, was ich kann, um zu helfen. Nicht zu machen diese Fehler wieder. Hm. Das Nebel, Alter. Glaubst du, John? Ich bin Andrew. Ja. Mal hier zum Haus erstmal. Ich muss alles absuchen. Ich muss alles absuchen. Ich muss alles absuchen. Oh ja. äh first wer nennt sein Kind Tilly? das weiß ich auch nicht hier hängt immer noch was die wie auch Herr Rock'n'Roll ist da nice ok weiter mal Brückenbrachten in diesem Spiel, bis er nix gut ist also der erinnert mich an Tom Hanks, weißt du? ja ein bisschen war ein Flachkörper Bauchklatscher, komm Arschbombe Arschbombe Okay Who's first up? Professor, you keep telling us you're into Okay, sure thing. Is it safe to cross? Don't stress. The professor and me will make sure you get across, no problem. Right, we'll get you over for sure. I don't know why they are so stupid. I don't know why they are so stupid. Toll gemacht, Angela. Yeah, I'm just so stupid. Hey! Weiss... Weiss, hier ist gestell da, wie kann man hochklettern, dann kann man am Anfang nur rüber gehen und wir runterklettern, nicht? Ja. also ich wäre kein besser besser leck mich in der vierte war laut 1692 we are here present to bear witness to a just execution no amy is declared guilty of consorting with the devil and is to be drowned as a witch and sorceress let us pray in silence for us all i have done no wrong i am no witch i do not deserve death i beg you i don't know how to help you tell me what i can do please sir you must help me you must can i put the pastor in the wind i hope i can put the pastor in the wind seeking to help his own he would release her from the chains isaac let us conclude our business here swiftly the will of the court must be imposed before it's too late the devil fortifies her you must find it tightly you cannot do this isaac i am innocent the will of the court send this witch back into the lap of her master lest he come for us all you will not save yourself with riddles there is no riddle the devil takes many forms you know that better than any in little hope he has hid himself under a shroud of innocence take her the form of a child thy accuser while mary still draws breath little hope remains beyond salvation tell us your evil reverence in your very face isaac alhouse alas 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 Okay, da waren wir beide ganz ruhig. Ja, da konnten wir auch nichts wirklich was machen. Ja, ich würde sagen, Kind einfach hinterherwerfen, um auf Nummer sicher zu gehen. I don't know how to tell you what I just saw. Your double was pushed into the river in chains. She drowned. Weg Jason! Hab ich das nicht vor ein paar Folgen gesagt? Jason kommt gleich? Mhm, Jason verfolgt uns. Oh toll, ich bin Angela, danke. Ja, oh, zum Glück ey. Ja, so breit kann der Fluss ja nicht sein. Ich mach mal eine große Klappe. Ich kann gar nichts entscheiden gerade. Du bist dran. Oh, ich glaub das war die Vorhandlung die ich gesehen habe. Scheiße. Ich hab das erste nur mit dem Switch Controller gezockt, da war alles anders. Komm, komm schon. Hoch. Ja, es ist die Vorhandlung. Ja, es ist die Vorhandlung. Ich glaub ich hab Angela gekillt. Herzlichen Glück, ey. So, die restlichen können wir ruhig am Leben lassen. Ich hab versucht sie zu retten, weil ich die Story haben wollte. Ich hab versucht, wir hätten sie als Opfer behalten sollen, aber... Ja, eigentlich schon, ne? Ne, das war halt die Vorhandlung, die ich bekommen habe. Ja, ich hatte auch die Wahl, äh, Qual der Wahl zwischen John oder... ...Karen. Qual der Wahl am Arsch. Ja. 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 der König der Perpettuale Nacht. Es ist möglich, ich denke. Vielleicht kann der Busfahrer ein wenig Licht erzeugen. Das muss euch jetzt sehr verifizierter sein. Doppelgängers, wäscher, schäufe, Todes und Demons. Was könnte diese Säulen zusammen verbinden? Ich würde sagen, wir finden. Oh, ich weiß, was es ist. Ja oder nein? Ja oder nein, weiß nicht. Komm, ja. Ich bin neugierig. Ich habe ihn einmal, du kennst. Ich habe ihn einmal. Ich habe alle, einmal. Akt 5, scene 1, wo Cleomenes begann Leontes um sich zu verabschieden, um zu verabschieden, um zu verabschieden, Hermione zu verabschieden. Mach das, wie in den Gäste haben getan. Verabsch dein Geist. Mit ihnen, verabschiede dich selbst. Hm. Okay. Go on then. As terrifying as it might be, you should get back to it. Ähm, das war ich, Kalle. Episode Ende? Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Ja, irgendwie einen Cut. Nee, das passt in einen Cut. Gut. Sehr gut. Äh, bevor du jetzt, äh, Benne machst, ich wollte eben kurz besprechen, weißt du, was ich denke, was das sein könnte, wo die drin sind? In einer Endlos-Schleife? Nee, kannst du Limbo? Zwischen Himmel und Hölle, weißt du, man ist nicht wirklich tot, aber man ist nicht wirklich am Leben. Der Limbo oder auch das Pegelfeuer genannt. Ja, genau, ne? Ja. Ich glaube, die sind da, ungefähr. Das ist gut möglich. Ja, vielleicht, äh, wissen ja unsere Zuschauer ja mehr. Vielleicht könnt ihr das uns ja mal schreiben. Genau, warten wir's ab. Wir sehen uns erst mal in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, Abo nicht vergessen, gerne Like da lassen, wenn euch das Format gefällt und bis zum nächsten Mal. Reingeroxt! Tschölle! Tschölle! Tschölle!